Vom Dashboard aus können Sie neue Stellenanzeigen erstellen. Wir bieten verschiedene Vorlagen. Die Best-Practice-Vorlage ist so strukturiert, dass sie diverse Talente anspricht. Wir beraten Sie auch bei der Erstellung eigener Vorlagen in Übereinstimmung mit Best-Practices. Der Diversifier überprüft Stellenanzeigen derzeit in drei verschiedenen Sprachen. Der Algorithmus überprüft Ihre Texte in Echtzeit auf eine inklusive Sprache. Eine Übersicht zeigt an, wie viele Formulierungen problematisch sind. Die Nutzer werden nun angeleitet, die Rolle und die Anforderungen der Stellenanzeige zu formulieren. Der Algorithmus zeigt in Echtzeit an, welche Formulierungen auf weibliche Talente sowie Talente mit diversen Hintergründen abschreckend wirken. Wenn Sie auf ein hervorgehobenes Wort klicken, zeigt das Tool den Grund an, warum dieses Wort problematisch ist und schlägt alternative Formulierungen vor. So können Sie lernen, wie Sie Stellenanzeigen inklusiv schreiben. Sie erhalten auf jede Ihrer Stellenanzeigen individuelle Rückmeldungen von einer professionelleren Texterin, die auf inklusive Schreiben spezialisiert ist. Der Diversifier bietet die Möglichkeit, Ihre Stellenanzeigen direkt auf verschiedenen Jobbörsen und Plattformen zu publizieren, welche sich explizit an diverse Talente richten. Studien haben gezeigt, dass neben inklusiv geschriebenen Stellenanzeigen Unternehmen auch auf Nischenportalen veröffentlichen sollten, um diverse Talente zu erreichen. Sie können die Jobportale entsprechender Zielgruppe Ihrer offenen Stelle auswählen. Die Stellenanzeige wird direkt über die entsprechenden Jobportale veröffentlicht.